Moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video mit einer Eilnachricht. Verwaltungsgerichtshof. Und jetzt geht es hier um das Bundesland Baden-Württemberg. Grüße an alle dort gehen raus. Gericht kippt 2G-Regel für Einzelhandel in Baden-Württemberg, heißt es nämlich hier in einem ganz aktuellen Artikel. Und in Bayern haben wir das Ganze ja schon mitbekommen, dass vor kurzem der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, so heißt er richtig, die 2G-Regel gekippt hat. Und das Gleiche ist nämlich jetzt hier auch in Baden-Württemberg passiert. Und dementsprechend, da war eine Frau, eine Besitzerin, Betreiberin eines schreibbaren Ladens und die hat nämlich dagegen geklagt in dem hier Ortenau-Kreis. Und hat nämlich gesagt, ja Moment mal, warum dürfen denn Blumengeschäfte und zur Grundverzögerung gezählt werden und Schreibmanläden nicht? Und das ist nachvollziehbar, eine ganz klare Diskriminierung, wie sie im Grundgesetz ja schon ausgeschlossen ist. Und man sieht ja einfach, dass hier solche Sachen einfach nicht rechtens sein können. Das sagt ja schon der normale Menschenverstand, den doch hoffentlich der ein oder andere vielleicht haben sollte. Und ich finde, es ist eine wirklich sehr, sehr gute, positive Nachricht, dass hier ein Gericht hingeht und endlich in dieser Richtung wieder Recht spricht. Ja, weiterhin bin ich dann gespannt, ob das Gleiche passieren wird, was ja in Bayern wohl geplant ist, wie man lesen kann. So, dass sie nämlich da die Formulierung dann nochmal anpassen. Mal gucken, ob hier nochmal nach quasi kommt, dass das Ganze dann doch wieder, ja, aktiv wird. Und die grundlegende Frage stellt die Fabienne hier grundsätzlich gut. Aber warum dauert das denn so lange, bis die Gerichte in Schwung kommen, wird Zeit, dass aufgeräumt wird? Und da hat die Dame, wie ich finde, hier absolut recht. Das ist schon eine krasse Sache. Haut rein, Leute. Wir sehen uns ja gleich schon um 18 Uhr wieder drüben im Olli-Kanal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.